Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zum neuesten Supertest News Video. Heute schauen wir uns das Objekt 259A an. Ein neuer russischer Tier 8 schwerer Panzer, der jetzt in den Supertest geht. Der nächste Russe muss man eigentlich schon sagen, den wir ja vor kurzem im K2 hatten. Und rein von der Charakteristik her, wenn man sich die Werte so ein bisschen anschaut, unterscheiden die sich jetzt hier nicht wirklich überragend. Ich gehe auch in der Form davon aus, dass auch das 259A ein Premium Panzer wird. Wenn ihr das Video zum K2 noch nicht gesehen habt, schaut mal gerne rechts oben in die Infokarte, dort verlinke ich euch das Video. Wir werden uns heute die Statistiken, die vorläufigen Statistiken zum 259A anschauen. Auch natürlich wieder einen kleinen Vergleich oder Vorabvergleich machen mit anderen schweren Panzern auf der Tier 8-Tierstufe. Und natürlich habe ich euch auch noch ein paar Bilder mitgebracht, um uns diesen Panzer noch ein bisschen genauer anzuschauen. Gucken wir also mal drauf. Ein Tier 8 Objekt 259A mit einer 122mm Kanone mit einem massiven Alpha. Also der Trend, den Alpha-Gefühl zumindest auf der Tierstufe weiter zu erhöhen, geht hier weiter. 420 auf der Standard-APCR bzw. auf den Heat-Granaten, was die Premium-Munition ist. Die HE-Alpha, wenn sie durchschlägt, 530 Alpha. Auch die Durchschlagswerte können sich richtig sehen lassen. 233 auf der Standard-Munition, was wie gesagt eine APCR ist, mit extrem guten Fluggeschwindigkeiten von 1400 Metern pro Sekunde. Und die Premium mit einer Heat-Granate, 285 Durchschlagsleistung. Auch da ist man ziemlich gut aufgestellt für einen Heavy-Panzer auf Tier 8. Hier allerdings die Fluggeschwindigkeit nicht mehr ganz so gut. Gerade mal nur noch 820 Meter pro Sekunde. HE hat eine Fluggeschwindigkeit von 790 Metern pro Sekunde. und eine Durchschlagsleistung von 61 Millimetern, was so gesehen auch relativ brauchbar ist. Also gegen weiche Ziele, weiche Mediums, gegen Low-Tier-Fahrzeuge, gegen Lights kann sich das durchaus schon mal lohnen. Natürlich bezahlt der Panzer diesen Alpha auch mit einer gewissen Nachladezeit. 15 Sekunden Stock bekommt der hier. Damit kommt der auf eine DPM von 1680 Schadenspunkte pro Minute. Was natürlich nicht wirklich überragend ist, aber mit 420 Alpha kann man dann auf jeden Fall schon ganz gut traden. Auch die Kanone, das Gun-Handling, wir sehen es einerseits an der Einzielzeit, aber auch an der Genauigkeit. Und auch hier nochmal an den Soft-Stats, die ich zusätzlich mitgebracht habe. 0,42 die Ungenauigkeit, 3,2 Sekunden die Einzielzeit. Naja, und Snapshots mit den Soft-Stats gerade aus der Bewegung heraus, das wird schon ziemlich, ziemlich schwierig. Er hat 6 Grad Gun Depression. Und was auch ganz interessant ist, ist das Crew-Layout. Er hat nämlich zwei Ladeschützen. Ja, Wargaming selber beschreibt das hier so ein bisschen als frühen IS-7. Ich würde eher sagen, frühes 2,5,7. Denn wenn man sich die Bilder anschaut und auch Wargaming-Mitarbeiter haben das beim Bereitstellen der Informationen so ein bisschen mitgeteilt. Das hat ja wohl auch so eine Diamanten- oder so eine Delta-Panzerung. Also, dass die Seiten quasi auch nochmal geschrägt sind. Und das macht es natürlich nicht unbedingt einfacher. Gucken wir aber erst mal auf die Mobilität. Und die ist auch zumindest auf dem Papier ziemlich erschreckend. Die Frage ist natürlich, ob der Panzer die 60 Top-Speed auch wirklich erreicht. Wir kennen das ja vom IS-7. Der ist ja auch recht mobil mit einem guten Leistungsgewicht auf Tier 10 als Heavy. Und der hier hat einen 60er Top-Speed. 12 rückwärts und ein Leistungsgewicht von 15 PS pro Tonne. Also, wenn der die 60 wirklich schafft, dann Halleluja. Und das als schwerer Panzer und das auf Tier 8. Die Drehgeschwindigkeiten an Wanne und am Turm sind so gesehen in Ordnung. Da ist der K2, den wir uns vor kurzem angesehen haben, etwas behäbiger oder deutlich behäbiger. Zumindest auf dem Papier. 1.450 Hitpoints ist so gesehen Standard. Da ist nichts Besonderes nach oben oder nach unten zu erwähnen. Die Panzerung ist das, was den Panzer so ein bisschen bedenklich macht. Denn er hat eine Wannenpanzerung in der Front von 110 mm nominell. Und wenn wir uns das Bild schon mal anschauen und auch die Bilder, die ich gleich noch mitgebracht habe. Dann wird die Oberwanne im Grunde mit dem Winkel, was wir hier so sehen, mehr oder weniger unpenetrierbar sein. Weil es einfach ein Autobounce-Winkel ist. Die Frage ist, wie dünn ist die Unterwanne? Das ist so die große Frage. Und wie gesagt, er hat an der Seite diese Delta oder diese Diamantenpanzerung. 100 mm nominell mit noch einer Anwinkelung. Macht das Fahrzeug also auch in der Seite sehr, sehr schwer zu durchschlagen. Und 90 mm am Heck ist auch nicht gerade mega wenig. Und wenn wir uns den Turm anschauen, dann wow. Und aus der Sicht auch keine Weakspots. Das ist 260 mm am Turm. Das ist meine krasse Ansage auf Tier 8. 155 mm an der Turmseite. 100 mm am Turmheck. Wir haben das ja schon beim K2 gesehen. Also ich kann Ihnen ja mal kurz zeigen. Das ist der K2. Der war ja, was die Seitenpanzerung angeht, noch krasser und was die Heckpanzerung angeht. Aber da war der Trend ja auch schon zu sehen. Und auch der hat zwar jetzt nicht so super Durchschlagswerte. Zumindest nicht auf der Standardmunition. Aber auch der kommt mit dem 390er Alpha daher. Was insofern fast noch Standard ist. Der, oder das Objekt hier dann doch mit einem leicht erhöhten Alpha. Was halt wie gesagt diesen Trend fortsetzt. 380 Meter Sichtweite sind für den russischen Heavy auch nicht wirklich schlecht, muss man sagen. Und jetzt lasst uns das Ganze mal in den Vergleich setzen zu anderen schweren Panzern, die wir schon im Spiel haben. Und sehen, wo sich das aktuell mit diesen vorläufigen Werten hier so einordnet. Hier ist die Vergleichsliste. IS-3, Renegade, 50TP, Turnwagen, Liberté, 252U, also der Defender, 53TP. Habe ich hier drauf. Genau das sind die Fahrzeuge, die ich hier mal reingepackt habe. Und wenn wir uns als erstes die DPM anschauen, sehen wir schon 1680. Ja, darüber versucht Wargaming an einer Stellschraube hier das 259A zu balancen. Ob jetzt die DPM ein guter Faktor zum Balancen ist, wenn der restliche Panzer einfach aufgrund seiner Panzerung extrem stark ist. Muss man natürlich teilweise in Frage stellen. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, das Teil tritt halt auch im Zweifel gegen Sechser an. Und das ist schon krass. Aber wenn man natürlich mit 8ern kaum noch Sechser sieht, ja, aufgrund des Matchmakings. Aber das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Das habe ich, glaube ich, schon mal angesprochen in einem Video oder auch in einem Livestream. Wargaming hat anscheinend bewusst, also ihnen ist bewusst, dass sie ein Problem mit dem Matchmaking haben. Das ist zumindest meine Theorie. Und was sie jetzt machen, so wirkt es für mich in den letzten Monaten immer wieder. Und sie balancen nicht das Matchmaking oder passen nicht das Matchmaking an. Sondern die neuen Fahrzeuge, die eingefügt werden, werden einfach so gebalanced mit dem Hintergedanken, die Teile sehen eh kaum Sechser. Dann können wir sie auch so balancen, dass sie gegen Neuner und Zehner besser performen können. So ist meine Theorie dahinter. Anders gesagt, das Objekt 259A könnte auch locker ein Tier-9-Fahrzeug sein. Wenn der einfach ein Ticken besseres Gunhandling bekommt mit der Panzerung, bumms, haben wir einen Tier-9er. Wenn wir uns überlegen, mit der Panzerung, wenn wir das mit einem Renegade, äh Quatsch, mit einem Renegade, sage ich schon, mit einem Defender vergleichen. Das ist, also, müssen wir nicht weiter drüber reden. Auch die Durchschlagswerte, 233, auch wenn es APCR ist, mit einer schlechteren Normalisierung als AP, es ist trotzdem extrem gut. Auch die Heat ist extrem gut. Gerade die Fluggeschwindigkeiten auf der APCR sind extrem gut. Der Alpha ist recht gut. Das Einzige, wo es dann wieder gebalanced wird, ist halt, ähm, die Genauigkeit. Wenn man sich das Ganze aber mal mit den Soft-Stats anschaut, ja, die sind nicht überragend, aber da gibt es auch ein paar Kandidaten, die kommen auf ähnliche Soft-Stats. Die Einzielzeit von 3,2 Sekunden, ja, auch da wird der Panzer gefühlt darüber gebalanced, aber auch hier, Defender 3,2, IS-3 3,4. Wobei, gut, der IS-3 auch ziemlich an Glanz verloren hat, muss man sagen. Ähm, ja, 0,42, die Genauigkeit, auch das tendiert natürlich eher am unteren Rand, aber wir sehen es auch hier. 0,40 beim IS-3, Turnwagen 0,44, Defender 0,44, 50 TP 0,40, sind wir jetzt auch nicht so weit weg. Und dann noch 6 Grad Gun Depression mit dem Turm, ja, warum denn nicht? Wenn wir uns den Topspeed angucken, auf dem Papier ist der halt, lässt der hier alles stehen. Die Frage ist halt, ob er das auch in der Praxis erreicht. Wargaming hat da ja verschiedene Kandidaten, wo das einfach nicht der Fall ist. Ähm, wobei das Leistungsgewicht mit 15 PS pro Tonne in der Vergleichsliste sich hier in dem Mittelfeld einordnet. Ähm, die Bodenresistenzwerte 1,3, 1,7, 2,5. Auch die ordnen sich hier, ähm, ein bisschen in der Mitte ein. Ähm, die Drehfreudigkeiten am Turm mit 29 Grad, da ist er eher oben mit dabei. 30 Grad an der Wanne, tendenziell auch oben, wobei natürlich, ähm, Renegade, ähm, 50 TP Prototyp, aber auch der 53 TP hier ein Ticken besser sind. Aber das muss man immer erst dann fühlen, sag ich mal, wenn man das Fahrzeug dann wirklich fährt, wie mobil der am Ende wirklich ist. Hit Points, habe ich ja gesagt, eher im Durchschnitt. In dem Vergleich hier tatsächlich eher so ein Ticken hintendran, aber auch nicht wirklich krass. Ja, und wie gesagt, über die Panzerung müssen wir nicht groß reden. Also, ähm, gerade wenn der wirklich diese Diamanten- oder Delta-Panzerung auch noch an der Seite hat, dann wird das Ding auf jeden Fall für Siebener, für Sechser im Grunde unpenetrierbar sein, würde ich mal behaupten. Und auch für Achter, ähm, ja, tapping the two key, wie Mr. Quiggy Baby immer so schön sagt. Ähm, auch die Sichtweite für den Russen, 380 Meter, warum nicht, kann man machen. Aber, muss man halt auch nicht. Das Fahrzeug insgesamt wirkt auf mich jetzt schon relativ broken. Und die Frage ist halt auch, warum muss es denn in dem kurzen Abstand der nächste Russe im Supertest sein? Und können wir denn nicht mal irgendwie anfangen, Wargaming auch wieder Panzer auf Tier 7 oder auf Tier 6 zu sehen? Ja, wir hatten erst vor kurzem einen Siebener im Supertest, aber das war seit langem auch der einzige. Wie versprochen, hier noch ein paar Bilder, um sich einen besseren Eindruck von dem Panzer zu machen. Was hier deutlich wird, was auf dem Vorschaubild nicht so zu sehen ist, er hat anscheinend eine Kommandantenkuppel, die zumindest, so wie es aussieht, ein deutlicher Weakspot ist. Also auf jeden Fall größer als beim Defender zum Beispiel, die beiden Kommandantenkuppeln. Ähm, zumindestens auf einer Seite hat er wohl, so wie es aussieht, einen frontalen Weakspot. Wir sehen hier, ähm, das nochmal ein bisschen besser. Wir sehen aber auch, und das wird hier schon mal deutlich, die Oberwanne, was die teilweise für einen Winkel mitbringt. Ähm, sieht dem IS-7 schon recht ähnlich, gerade aus der Perspektive. Insgesamt das Model, auch mit dem MG hier hinten drauf, natürlich ziemlich cool. Aber hier kriegt man nochmal einen Eindruck von diesem Winkel der Oberwanne. Die ist, wenn man sie nicht überwinkelt, also diese Delta-Panzerung, wissen wir ja, darf man jetzt nicht wirklich groß winkeln. Ähm, IS-3, IS-7, T-10, wir kennen die ganzen Russen mit dieser Delta-Panzerung. Aber wenn man irgendwie einen kleinen Schutthaufen hat, oder so ein bisschen hin und her wickelt, um es schwerer zu machen, die Unterwanne zu treffen, ja dann, meine Damen und Herren, ähm, wird es auf jeden Fall frontal eine ganz schöne Ansage, dieses Fahrzeug in irgendeiner Form frontal durchschlagen zu kriegen, wenn man dann auch noch den Turm nicht trifft. Also hier sieht man das auch nochmal, diese angesprochene, ähm, Delta-Panzerung. Wargaming ziert sich hier, die Unterwanne so ein bisschen zu zeigen, muss man sagen. Ähm, es ist hier so ein bisschen zu erkennen, aber sie haben anscheinend, ähm, sie wollen das nicht so richtig thematisieren, ne. Also die Unterwanne, ähm, verweigern sie uns hier so ein bisschen. Ähm, insgesamt am Model kann man jetzt nichts groß aussprechen, die sehen halt immer schick aus, grundsätzlich, also gut gemodelt, ähm, hochauflösend, alles toll. Ähm, über das Aussehen ist natürlich immer, kann man sich streiten, das ist Geschmackssache am Ende. Er scheint einen Weak-Spot zu haben, immerhin einen, aber wirklich mega groß ist der auch nicht. Ähm, aber wir dürfen schon dankbar sein, dass wir bei diesen Panzerungswerten anscheinend einen Weak-Spot bekommen. Was sagt ihr zum 259a? Ich traue mich fast gar nicht zu fragen, wie ihr diesen Trend findet, nachdem wir ja auch schon, wie gesagt, vor ein paar Wochen den Kandidaten hier gesehen haben. Ähm, ich habe ein bisschen Angst vor den Kommentaren, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz, wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, teilt es gerne weiter, damit auch andere die News erfahren. Mein Dank geht raus an meine kleinen und an meine großen Kanalunterstützer, namentlich genannt sind das Game1Fan, Kulle, Gorwin, Curtano und Carbine. und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher. Und wir sehen uns dann wieder.